Hallo Leute, ich und meine zwei Schwester fahren nach Wien. Wir sind jetzt angekommen. Das heißt einmal, ich gehe jetzt noch mal zu schön, ich gehe jetzt noch mal zu schön, ich gehe jetzt noch mal zu schön. Leute, wir waren bei dieser Rutsche, es war voll geil. Leute, ich probiere jetzt diese Ice Cream Ball. Mit Erdbeer-Geschmack. Mit Erdbeer-Geschmack. Okay, jetzt gehen wir was essen. Ja. Leute, das Essen war richtig lecker. Und jetzt gehen wir Waffel essen.